how i build a lego castle from scratch episode 18 so freunde drei monate habt ihr nichts von mir gehört zeit für ein update machen hier einmal einen kleinen rundgang könnt ihr gucken was in der zwischenzeit so passiert ist und es ist einiges passiert aber ich habe es halt nicht auf video festgehalten weil ich meistens immer nur eine halbe stunde nach der arbeit noch mal in das modell gesteckt habe aber nicht wie sonst vorher den ganzen drehtag hatte sozusagen gut fangen wir an was ist gemacht worden war ganz konkret habe ich ein paar änderungen vorgenommen und zwar habe ich hier diesen band anschluss den habe ich neu gemacht da hatte ich hier vorher immer sehr große stein drin also wenn ihr den hier habt den großen dann war der sag ich mal dann ging der bis über den nächsten noch rüber und auf in jeder lage so ein teil das war einfach nur schlecht aus weil die steine so wesentlich größer waren als die anderen das war nicht stimmig im gesamtbild so was habe ich gemacht um das zu ändern kann man das sehen ich habe hier die schwarze die technik bricks die gehen jetzt ein eine noppe weiter dadurch kann ich die unterkonstruktion ein bisschen weiter rüber ziehen und letztendlich konnte ich somit dann kleinere steine verbauen und zweiter positiver nebeneffekt ist diese wand stand also das hier stand ein bisschen weiter vor das ist jetzt auch ein glatter abschluss 1a besser geht es nicht und da kann auch keiner meckern so hier im torbereich habe ich eine änderung vorgenommen und zwar habe ich eine farbänderung gemacht und zwar hatte ich hier den oberen bogen der war schon dunkelgrau aber die anschließenden so anschließenden seitenwände die waren halt in hellgrau und das ist jetzt alles dunkelgrau das sieht einfach wieder tippitoppi aus so hier oben das ist auch noch mal ein bisschen nachgearbeitet worden das passt jetzt alles farblich dritte änderung habe ich hier im turm im unteren bereich hatte ich eine verzahnung gehabt das war ein bisschen unvorteilhaft wenn man das nicht auseinander nimmt dann verhakt das und das ist quälkragen gewesen so da ist jetzt alles so wie hier im oberen bereich gut zu sehen ist so auf spalt gearbeitet worden gut kommen wir zu den sachen die frisch sind fangen wir da hinten an das ist das langweil langweiligste element was dazu gekommen ist und zwar wie einmal küchenfußboden gesetzt und hier einmal den fußboden für die lagerhalle das ist genauso gemacht worden wie da hinten beim stahl solide unterkonstruktion solide platte das hält das sind übrigens zwei teile also das ist ein ding da hinten ist ein ding weil das sonst nachher alles zu schwer wird so dann habe ich hier mit technik briggs die burgwand schon mal hochgezogen auf endhöhe den turm ein bisschen erhöht und ja hier bei der wand ist glaube ich auch nur noch eine oder zwei lagen oben drauf gekommen und das ist jetzt auch die finale höhe hier kommt jetzt eigentlich nur noch der wehrgang oben drauf und den wollte ich in anführungszeichen in holzkonstruktion machen das heißt ich werde so wie hier bei der brücke in braun arbeiten und eventuell überdach ich das noch aber dann muss ich mal gucken auf jeden fall wird das als holz palisadenzaun in weitesten sinne da oben abgeschlossen auch mit einem pipapo mit mit mörderlöchern hier über über dem tor so wie sich das gehört ich glaube das sieht ganz gut aus ich habe da ein paar bilder im internet gesehen wie andere das gemacht haben und ich glaube dass das passt das kann was werden aber das ist noch ferne zukunft ja dann können wir auch gleich weitermachen dann haben wir hier das auflager für die zugbrücke das ist eigentlich mehr oder weniger massiver stein klotz wo die zugbrücke dann einrasten kann kann man sehen hier so zack da ist ein bisschen vertief da kann die rein fassen und dann das ist auch nur an ein oder zwei noppen fest ein bisschen beweglich das ganze so eine schiebe verbindung aber erfüllt sein zweck so dann haben wir hier ein holzsteg gesetzt der ist komplett lose der liegt eigentlich nur auf der ist jetzt hier unter der so ein bisschen eingeklemmt denn sie hier in dem mittelding ist das eingeklemmt und das zweite teil eigentlich auch und da wird auch ich glaube nichts weiter passieren das bleibt so lose weil da muss ja keiner dran rumzehren an den teilen ja dann habe ich sehr viele teils in trends light low gesetzt wie ihr seht das müssen so an die tausend stück gewesen sein hauptsächlich habe ich hier einmal vierer verarbeitet also ich habe das genauso gemacht wie ich da hinten auch schon einmal vier teils und die bild reingekloppt und die lücken damit einmal zwei und einmal eins ausgefüllt fertig ist die laube so aber wie man sieht sowas schöne schöne effekte eher helle stellen dunkle stellen und alles schön unregelmäßig je nachdem wie das licht darauf fällt erhält man andere reflexionen und das ist etwas was man nicht hat wenn man einmal zwei fließen benutzt und regelmäßig arbeitet halt was für sich so wie bei den jago city da die hafen geschichte aber wenn man große wasserflächen hat so wie hier macht das was her zusätzlich haben wir ja hier die verschiedenen grünen töne und nachher das schwarz für die unterschiedlichen tiefen zonen das macht das ja das sieht gut aus oder schiffgürtel auch frisch im sortiment sind eigentlich die lymph teile oder lymph keine ahnung wie man das ausspricht für für die bäume die habe ich auf eine nobbe gesetzt so dass sie frei drehbar sind und dann habe ich da eigentlich nur ein paar bars rein gesetzt um das schiff da irgendwie darzustellen und und dann so stängel zeug eine andere farbe mit dazwischen damit das nicht ganz so langweilig wird aber eigentlich ganz simpel gestrickt das habe ich hier den großen schiffgürtel und dann habe ich hier im fluss in der uferzone noch mal so ein paar kleine kleckser hingesetzt ein paar schwäne noch und sieht auch recht organisch lebendig aus so dann habe ich hier im burggraben hier habe ich mit seerosen gearbeitet auch mal zwischendurch dann ein stängel zeug damit reingesetzt hier und hier einen großen und ganzen sind das seerosen ja den rufen wieder ein bisschen schnell egal muss so so und hier in dem bereich hier vorne wo das ganze blaue fehlt hier werde ich auch verstärkt noch mal mit seerosen arbeiten hier rechts von der brücke noch ein bisschen übergang schaffen also erst hier ein bisschen schilf noch und dann geht das über die seerosen so ist das angedacht ja dann ist alles besprochen zum jetzigen stand oder seht ihr noch was eigentlich müsste ich durch sein gut wie geht das weiter tja und und zwar geht das ganz konkret hier mit weiter ich habe das slopes in verschiedenen größen und farben ich habe grüne steine grüne platten rund in allen möglichen form ich habe pflanzenteile und damit wollte ich im ersten schritt hier vorne den uferbereich einmal fertig machen einmal testen wie man das machen kann wie schaut das aus und wenn das positives ergebnis wird dann überträgt man das auf den ganzen restlichen bereich hier einmal außen rum weil das nervt da habe ich kein bock mehr drauf so geht das weiter hier mit diesem freien flächen da will ich dann nach und nach würde ich die schließen da habe ich jetzt keine eile ja und ansonsten muss ich mir dann auch langsam mal gedanken machen wie das hier drin aussieht weil man muss ja irgendwie nachher auch oben auf die wehrgänge rauf kommen das heißt muss ich hier entweder eine treppe hoch führen oder oder an dieser wand das machen ich habe noch keine idee ich weiß nur dass die tür oder der eingang zum turm der wird dort oben sein also einmal die plattform hier die wird dann hier so vorm turm quasi als podest rumgeführt und geht dann auf der anderen seite weiter und irgendwo muss sich ein aufgang schaffen also wahrscheinlich wird das in dieser ecke sein eigentlich wollte ich hier unten ja so ein kleines wachhäuschen für die torwache hinsetzen das wird wohl nichts vielleicht gibt es da noch einen kleinen regen unterstand aber so als gebäude jetzt selber wird da nichts mehr passieren vielleicht habt ihr ja noch ein paar ideen wie man das eine oder andere besser machen kann oder überhaupt ansonsten lasse ich euch mit den bildern jetzt hier allein und wenn alles glatt läuft dann seht ihr am nächsten samstag was ich hier gemacht habe ciao ciao